Hallo Leute, am Wochenende war ich in St. Martinssee unterwegs, welches in den Niederlanden liegt und dort habe ich natürlich auch die Kamera mitgehabt und einige schöne Fotos gemacht. Und diese Fotos möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Hier seht ihr schon eine niederländische Lifeguard Station, gefolgt von diesem Ruderboot. Ob es schwimmtauglich ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Hier ein durchaus schöner Strandabschnitt. Dies könnte eine kleine Schwimmbuie für Fischernetze sein, aber das weiß ich nicht. Wenn ihr es kennt, schreibt es mir doch bitte. Hier war ein Drohnenpilot mit seiner Drohne unterwegs. Hier leider die abgesperrten Dünen. Wenn man bei diesem Bild jetzt noch den Sonnenuntergang im Bild hätte, wäre es wohl ein sehr sehr schönes Bild geworden. Selbst am Strand kann man Löwenzahn finden. Hier wurden wohl viele Fischernetze und sonstiges Gedöns übereinander geworfen. Ich hoffe euch hat diese kleine Bilderserie gefallen. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Achja, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Tschüss! Tschüss! heinz bin stir